Was würdest du mir machen? Das funktioniert besser als ich. Wir erwarten unsere Instruktionen. Ich bin richtig? Wir erwarten unsere Instruktionen. Was würdest du mir machen? Kaufen wir denen mal Nahrung. Komm, kaufen wir den. Und den. Weil wir müssen mit den Elfen auskommen in dieser Mission. Oder auf dieser Map, wie man es nennen möchte. Sollten wir mal zwischendurch einen Quicksale reinschieben. Ich sollte der Genialität der Elfen demnächst mehr Respekt zahlen. Okay. Also ja, die Ogre-Hütte zu zerstören wird. Auch kein Zucker schlecken werden. Okay. Let's move. This works better than I do. Also ja! Ja! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Du, mach mal Heilung. Okay, das war nicht so schön. Okay, wir brauchen einen neuen Kriegertrupp. Krieger, ich könnte gleich Meisterkrieger. Eichenmonster. Scharfschützen sind teuer. Ne, ganz normale Krieger tun es genauso. So, Nahrung kann ich hier verkaufen. Holz verkaufe ich an die andere Stadt. Und ja, ich sollte mich eigentlich immer erst um die Sachen kümmern, die sowieso... Ich frage mich manchmal, woran sie hängen bleiben. Na, die Scharfschützen sehen aber auch cool aus. Heidrang von Monsterhöhle. Also ja, ich könnte dem Weg weiter folgen. Dann komme ich zu der Höhle. Und hier oben ist nix. Außer Manna-Etat. Imperialer Außenposten. Da ist ne Geisteraue. Es ist wichtig, nicht einen Sound zu machen. Ja. Let's move. Es ist wichtig, nicht einen Sound zu machen. Schau auf die Hände. So, die Bären hängen fest, was gut für uns wiederum ist. Wir haben nämlich so das Gefühl, dass die zu dem Bärenlager gehören. Ich kann den Bären nicht angreifen. Ähm, warum kann ich diesen Bären nicht angreifen? Der Bär bringt meine Leute um. Aber ich kann den Bären nicht angreifen. Es ist wichtig, nicht ein Sound zu machen. Und das muss mir jetzt erklären, warum ich diesen Bären nicht angreifen kann. Yes! Yes! I'm almost there! Diesmal scheint es geklappt zu haben. Hm, hm. Let's move. As you please. Yes? As you please. I know this place. As you please. It's important not to make a sound. Yes, I'm coming. Okay, das ist echt ätzend gerade. The enemy is doomed. Da, lo, kreature! I's right. Aim for the head. Do call for me? It's important not to make a sound. Let's move. As you please. Man, man, man. As you please. It's important not to make a sound. Eine Wissensschrift, oder? Die pumpe ich mal beide in sie rein. So. Ach ja, und Pyranon hat einen Auftrag für uns. Von dem Bärenlager brauchen sie eine Feuerschriftrolle. Äh. Da war keine drin. Dann werden wir jetzt nächstes mal den Friedhof hier ausräuchern. Und das können wir schon mal machen, indem wir ein paar der Untoten dort auf unsere Seite ziehen. Die haben auch jede Menge Holz, aber wir verkaufen es trotzdem. Hier. So. Nahrung. Mehr Holz. Mehr Steine verkaufen. Eine Wissensschriftrolle kaufen. Noch einen davon kaufen. Äh. Eine Naturne in Energiering. Ja. 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 Können wir das gebrauchen. Do you call for me? Let's move. I know this place. It's important not to make a sound. I know this place. Na. Ich will dich auflösen. Warum ist die Auswahl manchmal in diesem Spiel so? Yes. Nee. I know this place. It's important not to make a sound. Let's move. As you please. This works better than I do. Although he is already dead. Your instructions. Die Kanton hier drin. Okay. You have convinced me. So. Your instructions. Machen wir mal ein Quick Save. Oh. Hier drüben ist noch eine Wolfsgrube, die wir zerstören könnten. As you please. Oder aber wir nehmen erst mal den Weg hier oben. Nee. Der führt uns nicht zum gewünschten Ort. Die Monsterhöhle schwebt übrigens. Gehen wir nochmal zum Bärenlager zurück. Let's move. Also ja, ich bin der Herr der Untoten und muss mich mit einer Elfenmission rumplagen. Anders kann man es leider nicht beschreiben. Ihr habt keine neuen Missionen. Normalerweise, wenn neue Missionen da sind, ploppt gleich das Missionsfenster auf. Okay. Aber ja, in diesem Bärenlager ist nichts mehr. This works better than I do. I know this place. Größere Höhlenmonster. Die kommen wahrscheinlich von da oben. As you please. Let's move. Aim for the head. Seid ihr irgendwie wieder für ein Tod? Äh, heim. Oh. I know this place. Nein. Nur der ist tot. Okay. As you please. Äh. As you please. Yes. Wenn die rosa-rote Brille mal weg ist, dann ist alles irgendwie ganz anders. Your instructions. Eure Magierin wird gerade von Monstern verfolgt. Tötet diese Monster und steht nicht doof in der Gegend rum. We await our instructions. As you please. So. I know this place. I know this place. Your instructions. We can do it. Together. Ich bin schön, dass das Höhlenmonster festhängt. Ich bin schön, dass das Höhlenmonster festhängt. I know this place. It's important not to make a sound.